Die EU hat Signalwirkung, das befürchten jetzt viele, zeigt die Stimmung im Land und da sprechen einige sogar schon vom Nexit. Ist da was dran? Ein Kommentar von unserem Brüsseler Korrespondenten Kai Küstner. Nehmen Sie eigentlich für heute mit? Ehrlich gesagt fühle ich mich in der Tat etwas an, damals an die ... ... der Olga Schepps. Damit geht die WDR 3-Ton-Art hat. ... und auch eine Sturmwarnung brauchte keine besondere ... ... ... Vielen Dank.